Mein Name ist Florian Sauter, ich arbeite bei der Fritz Kübler GmbH als Produktspezialist. Mitgenommen zum Anwendertreff haben wir unsere Sendix Ziel 2 und Ziel 3 Produkte und unsere Safety Module sowie unsere Safety Solutions. Unsere Produkte werden später in Maschinen eingesetzt. Diese Maschinen benötigen oft ein Sicherheitslevel. Der Kunde hat mit unseren Produkten den Vorteil, dieses Sicherheitslevel zu erreichen. Die Fritz Kübler GmbH ist ein Familienunternehmen aus dem Schwarzwald. Seit 1960 stellen wir Zähler und Positions- und Bewegungssensorik her. Das Unternehmen hat inzwischen ungefähr 500 Mitarbeiter weltweit. Helle, 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 Helle... Sie sind bis zum Anwendertreff.